Jetzt. Von da hinten kommen wir. Ohne! Warte auf, der ist weg! Ey, Mann, ich wollte den nicht klauen. Hä? Hier. Hier hin bin ich. Hau auf jeden. Da kriegt einer! Ja, ich kann ihn niederstecken. Und den kriegt doch jemand. Den. Neun. Oh. Da hinten ist noch viel Action, ey. Philipp. Hä? Guck mal. Hä? Hä? Kommt, ey. Die restlichen resieren hier. Ja. Easy Claps. Easy. Ich hab 50. 60 tot. Woo! 360! Und... ... Ach, Mann. Wäre das ein Headshot. Es hat keine Mäzen. Das sind die Sachen, die Philippen da fragt, Alter. Oh Mann, ey. Das ist doch ein Headshot gewesen. Was? 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 Da war ein Headshot. Ich sehe jetzt. Ich hoffe, du könntest nicht schlaufen. Nein. Oben ist ja auch einer auf dem Dach, nicht bei mir. Oder ein Keller. Oder ein Keller. Der letzte Ende zu sein. Nee, der ist runter. Warte, den. Sieben Kills. Woo! Oh mein Gott. Ja. Was? Sieben? Ich bleib hier. Ja, ich hab zwei. Das ist doch nice, da haben wir neun. Zehn. Ja, du hast sieben Kills. Was denn das gemacht? Keine Ahnung. Einen hab ich da oben auf dem Dach geholt. Einen mit einem Verfallverheadshot. Die anderen weiß ich schon gar nicht mehr. Haha, waren ja schon so viele, ne? Genau. Ne, zwei oder drei hab ich auf dem Dach geholt. Scheiße. So. Kommt Leute alle hierher. Warte, 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 warte. Ja, mach. Warte, alle zu dritt dieses Win-Dingens. Drei, zwei, eins, jetzt. Heeeeh. Weg da der Spielverderber. Geht rum. Ich lab das ja noch nicht. Ach so. Oh, da ist ein Roboter vorne. Ja, guck mal, jetzt fehlt bei jeden zehn. Ja, recht aufgeteilt. Leute, der kommt hier. Wir kommen, ja. Ich geh schon mal. Das ist ein Dickel oder was? Hat er einen Hint? Hat er zwei jetzt? Mit Fanta Re? Ja egal, dann heizt ihr hinterher, aber wir haben ein Jump-Head. Jetzt haben wir ein Jump-Head, habt ihr Schockern-Ammo? Ja komm, ja Alter, ich hab 101. Gib mal ein bisschen was von irgendwas, Schwumgewehr. Nein, Schwumgewehr hab ich. Ich hab 101 Dinge sponiert. Ähm, Punkon, ich geb dir mal was. Du hast mir Eis gemacht. So, was geht hier ab? Shifty wurde gebaut. Oh, den nehmen wir doch, oder? So, würde ich jetzt sagen. Autsch. Hier landen welche, hier landen welche. Ja, ich seh's. Jo. Bei mir Hilfe. Ja. Oh Mann. Ah, Laser. Von hinten noch. Flur weg. Ja, der eine. Ja. Ja. Halt ihn da runter. Oh, den nehme ich. Weg. Du. Oh. Der hat die Hälfte. Ja, okay. Oh Manns. GG. Was geht denn da? Soll ich den weg holen, einen von denen? Woah, da ist ja ein ganzes Team. Ja. Die war einen aus dem Team verkleidet. Warten auf den Bus. Ey, die sind mega gut. Ja. Wollen wir zum Airdrop kommen? Ah, Airdrop wurde schon genommen. Schade. Wir hätten zum Airdrop kommen. Oh, fuck! Leute! Und da kommen auch noch Leute. Bei mir ist jemand, ne? Da hinter dem Baum. Ja. Oh mein Gott, wir wirklich Glatsch sind. Was gefallen? Weiter! Wer ist da? Habt ihr viele aufsteht? What? Da sind ja mehrere. Ey, da blüht er mal wieder. Da ist noch einer. Pass auf. Ja. Nice. Pass auf, da schießen wir auf dich. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh. Oh. Kann schon gar keine Loot mehr aufnehmen. Ich hab auch hier Teamkid. Nice. Dann haben wir schon 19. Wir haben insgesamt über 20 schon. Nice. Wir beide müssen das jetzt machen. Boah, ich brauch den epischen Kleider. Oh Junge, ich werde schon bei uns nehmen. Boah, den Schuss hab ich gesehen. Ich schwöre, den hab ich gesehen. Ich hab alles 999. Ja, ich auch. Das insprame ich gerade. Oh nein, die Zone. Ich mach nen Trick. So, so. So, so. So, so. Ah, der Trick. Auf jeden. Aber wir müssen Jumper jetzt. Ich place das gleich. Nein. Mach. Schön High Ground. Ganz schnell. Er ist mit den Bärchen. Oh nein. Warum nicht? Wir werden uns nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, runter. Wir werden uns nicht. Und dann, warum nicht? Ja, wir haben High Ground, ne? Und du spielst abnormal krank für die Welt. Dankeschön. Und was ist mit mir, die ich betritten habe? Und ich bin zu. Aber ich bin halt abnormal krank. Da unten, guck mal, die wollen Hochzeug. Ja, das üben die nicht. Du bist zurück. Ja, Mann. Super Nades. Stink ja nicht, auf jeden. Auch eine Nade dahinten, ey. Ja, chill, chill. Ich mach den Druck. Jetzt. Von hinten, komm auch rein hier. LOL. Jungen! Warte auf, wer ist zurück? Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, Sieka, du wie viel? Sieben. 24. Ich drei. Boah, 27. Warte, jawohl, Dankeschön. Ein Drittel der Lobby ausgelöscht. Ja. GG. Voll gut, GG. Ähm, Philipp? Jo. Können wir noch zwei, drei One-O-Hands machen oder gehst du jetzt? Ja, komm, lass uns zwei, drei One-O-Hands machen und dann geh ich auch auf. Und dann ist Wochenende.